Wir haben Haushaltswoche. Die Haushaltsberatungen dominieren diese Woche. Wir können die Schuldenbremse drei Jahre früher als vom Grundgesetz vorgegeben einhalten. Wir werden 2014 auch die Übereinkunften der Koalition einen strukturell ausgeglichenen Haushalt einbringen. Wir haben Haushalten gespart, auch bei den Beratungen, Haushaltsausschuss, außer bei Bildung. Denn gute Bildung ist die beste Zukunftsvorsorge. Deshalb haben wir hier keine Kürzungen vorgenommen. Wir wollten auch damit von Deutschland aus mit einem guten Beispiel vorangehen für die anderen europäischen Partner, Mitgliedsländer, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt auf den Weg bringen können. Jetzt am Wochenende hat die deutsche Presse Schwarz-Grün diskutiert, aber man muss sich den Grünen-Parteitag konkret ansehen. Damit wird auch die Alternative meines Erachtens für das nächste Jahr klar. Rot-Grün oder Schwarz-Gelb? Die Grünen haben viele zusätzliche Ausgaben beschlossen, diskutiert. Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 50 Euro. Das sind in der Größeordnung 6,7 Milliarden. Wie das finanziert werden soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sollen die deutschen Mittelständler wieder dafür herhalten. Ab 80.000 Euro Jahreseinkommen 49 Prozent Spitzensteuersatz. Auch hier wird das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft erneut quer zur Ader gelassen. Eine Vermögensabgabe neben der Wiedereinführung der Vermögensteuer, die etwa 100 Milliarden in zehn Jahren bringen soll. Alles dies sind klar nach links gerückten Positionen. Deshalb fällt für das nächste Jahr sehr klar erkennbar zwei konkrete Alternativen. Rot-Grün mit Rückfall in anderen Strukturen und der Schwarz-Gelb-Fortsetzung einer erfolgreichen Politik. Es laufen die Beratungen weiter über Griechenland. Diskussionen, die der IWF mit eingeführt hat. Ein Schuldenschnitt im öffentlichen Sektor. Der Finanzminister sagt das mit unserem Haushaltsrecht so nicht vereinbar. EU-Kommissar Oettinger widerspricht ihm. Herr Reckling hält es für wenig wahrscheinlich. Da ist sicherlich noch Diskussionsbedarf. Aber kürzere Sicht sehe ich das auch nicht, dass man hier rangehen kann. Zumal es in der Tat schwer ist, wenn man öffentliche Zusagen reduziert, Schuldenschnitt anschließend neue zu gewähren. Aber die Diskussion wird sicherlich noch ein Stück weiter gehen. Entscheidend ist, dass Griechenland seine Zusage umsetzt. Hier gibt es einige Anzeichen, die positiv sind, auch heute die Zusage, dass ein Haushaltsüberschuss, naja, das sind noch keine Riesenbeträge, aber in Griechenland vom letzten Jahr im Vergleichszeitraum 1,1 Milliarden Defizit, jetzt 0,7 Milliarden Überschuss erwirtschaftet wurde. Das sind immer noch insgesamt Minus, aber immerhin eine Trendwende. Und jetzt werden die Beratungen morgen Abend, heute sind ja die Vorberatungen der Arbeitsgruppe, der Finanzminister ECOFIN, sicherlich entscheidend sein. Und wir werden dann die Berichte ja hören, wie weit die Troika bestätigen kann, dass die Zusagen der Griechen eingehalten worden sind. Entscheidend ist, dass Griechenland die Kurve kriegt und die Schuldentragfähigkeit wieder in einer überschaubaren Distanz erreicht wird. Zu der Frage, die in den Medien diskutiert wird, Raketenstationierung an der türkisch-syrischen Grenze. Hier muss man sicherlich abwarten, bis ein konkreter Antrag vorliegt. Es gibt hier die beiden Aspekte, Bündnisverpflichtungen innerhalb der NATO, die dann gelten, wenn ein Land konkret bedroht ist von außen. Wie weit es der Fall ist, kann man heute noch nicht sagen. Damit ist auch die Frage, wie weit das Parlament beschäftigt, wird nicht abschließend zu beantworten. Im Zweifel wird man dazu neigen. Aber das kann ich heute noch nicht, da ich die Anträge auch nicht kenne, noch keine gestellt sind, nicht beantworten. Zur Lage Israel kann man nur unterstreichen, was der Außenminister betont. Das ist eine äußerst kritische Situation. Man kann nur hoffen, dass die Appelle auch der UNO dazu führen, noch die Bemühungen der Arabischen Liga Ägypten, dass es zum Waffenstillstand kommt, dass der Außenminister jetzt auf dem Weg nach Israel ist und seine Möglichkeiten einbringen will, ist sehr zu loben und ihm aller Erfolg zu wünschen, damit das Schlimme, was sich dort abzeichnet, möglichst bald in einen Waffenstillstand und vielleicht auch eine Perspektive friedlicher Entwicklung überführt werden kann. Das kann man jetzt noch nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie die Türkei, wenn sie einen Antrag stellt, ich kenne keinen, wie sie ihn begründet, wie die Situation zu sehen ist. Da muss man sich schon ein Stück noch mal kundiger machen, bevor man das abschließend beurteilen kann. Klar ist für mich nur, wir stehen zu den NATO-Verträgen. Wenn ein Bündnisfall gegeben wäre, haben wir natürlich zu den Bündnisverpflichtungen zu stehen, wie in der Vergangenheit auch die anderen Partner zu uns standen in der schwierigen Zeit des Kalten Kriegs. Ich sehe keine weiteren Fragen. Danke für die Kommende. Wir machen andere Bilder. Willkommen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.